Twifari Fraulit Lussandvik heißt dieser bildhübsche Rappwallach und er ist ein Verkaufspferd von The Horsseller. Ein viergänger Naturtölt, das ist super viel, mega viel Tölt, 16 Jahre alt, Stockmaß 1,37 Meter, ein Pferd mit hübschen Bewegungen, weich zu sitzen, ganz einfach zu reiten, eher leicht von der Hilfengebung, also man muss nicht viel treiben, aber man muss auch nie viel bremsen. Ein Pferd, was sehr angenehm ist, sehr gut geritten, hat eine tolle Ausbildung der Twifari und man kann alles mit ihm machen. Ein Pferd, was sehr viel Spaß macht, der ist unkompliziert und einfach und erfahren, dieses Pferd und der hat eben super viel Tölt in verschiedenen Tempi mit und ohne Zügel und ist ein tolles Pferd auch für Ein- und Umsteiger, auch für Reiter, die noch etwas umgeübt sind oder auch für Kinder und Jugendliche Reiter, weil er eben so leichtgängig ist und weil es wirklich keine Kraft braucht, um dieses Pferd zu reiten. Twifari hat wenig Angst, er ist ziemlich cool und unerschrocken, Verkehr oder Trecker oder sowas, das macht ihm überhaupt gar nichts aus, auch Dinge, die man sonst so mit ihm veranstaltet, wir machen ja immer auf den Videos, habt ihr ja schon öfter gesehen, lustige Sachen mit unseren Pferden und auch das hat er alles ganz gut mitgemacht. Auch dressurmäßig ist er ordentlich geritten, ein sehr angenehm zu reitendes Pferd für die Freizeit, unser Twifari, Frau Littlus-Handwig und wenn er euch genauso gut gefällt wie uns, dann meldet euch, die Daten dazu findet ihr oben im Video und bis daher noch ganz viel Spaß mit dem schönen Twifari. reitendes Pferd für die Freizeit. reitendes Pferd für die neum присorglösen Pferd für die neum ist bis zum Teil des Pferd, reitendes Pferd für die neum ist bis zum Teil des Pferd für das Pferd. Echt, jetzt new vielleicht ungefallen wie nur dich, Musik 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 Nachdem ich die Brühe Brühe Zutat 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 Untertitelung. BR 2018